Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Game of Thrones. Und ich entschuldige mich dafür, dass es so eine lange Pause gab. Aber es war ein bisschen drunter und drüber. Aber ich habe jetzt eine Regelung gefunden. Bisschen weniger machen, dafür mehr bringen. Und ja, ich wünsche euch im Vorfeld viel Spaß. Ich freue mich super mega hyper drauf, wie es jetzt weitergeht. Und ist das Garrett? Also ist das der Onkel? Und ja, schauen wir uns doch mal an, was hier abgeht. In der letzten Folge haben wir ja den Eid der Nachtwache geschworen. Ach guck mal, Onkel Duncan ist wieder da. Ah, das ist gut. Natürlich sieht die gut aus. Eil von Meist ist das. Aus Holz. Ja, das sind wir. Onkel? Things aren't going well at I and Rav, Garrett. I know. I heard the news about Ethan. Ja. I wasn't there when it happened. Small mercy, I suppose. Not having to see our Lord struck down with such barbarity. Die werden uns rechnen. If not resilient. Our house. I survived for centuries. Let me help, Onkel. I can't just sit here at the war, while our enemies are circling. I am Rath. So sieht's aus. That's why I'm really here. Do you recall Lord Forrester's last words to you? Ja. Genau so sieht's aus. But first, it must be found. I've been reading his journals. Scouring the legends for any clue what Lord Forrester knew. I think I found the answer. Ja, das ist doch super. He describes a fortification. A protected citadel of sorts. Hidden from the world. One filled with great power. It was scattered among his notes. Almost an obsession. A vital secret he protected at all costs. And you think it's north of the wall? His notes suggest as much. Okay, so sind wir ja perfekt dafür geeignet als Grenzer. The search won't be easy. But you're a total. Our Lord knew you wouldn't fail him. It can't be too hard to get north of the wall. I'm sure there's a way. We don't think about our old. Because everything that's missing is House Forrester. How am I supposed to find it? The first chance you get to head north. Take it. And then? Such es. You leave the Night's Watch behind. Strike out on your own. This is no small request I make. I know that. Uncle, that's desertion. The Night's Watch execute men who desert. I know. I wouldn't ask this of you if there was another way. Okay, Onkel. This will help guide you. I found it hidden in Lord Forrester's Strongbox. Okay. Dann zeig mal her, that thing. What is that? A page from our Lord's Journal. But when he tore out and kept separate. Why? I don't know. It's a map. To the North Grove. Aye. Aye. Das willst du nicht sehen. Glaube mir. Na, das. Wait. Lord Forrester gave Ethan a similar one as well. Roderick too. I wonder. I used to be frightened of wherewood trees. Well, before I was a man grown. I swear. I actually could hear and whisper in some time. I actually could hear and whisper in some time. How can you do that for a moment? Hear the wherewoods whisper. Okay. You said it was a citadel of some kind. Could this be it? No. No, it couldn't be that easy. It's hidden here somewhere. Yep. We have to do something with the Amulet. We have to do something. A mammoth? This map is only missing Grumpkins and Snarks. And this can't be real, Uncle. Oh, yes. That can be true, my friend. Irgendwo müssen wir das doch... Nichts blöd? Ah. Look. There's a clasp. It must open. Mensch. Ja, dann. Machen wir mal den Gerät auf. Ach, guck. I had no idea, this was inside. Another wherewood. Ah, follow the Flüster in. That's where... Maybe it's a key. To solve in the map. Yep. A perfect fit. Maybe it's telling us where to look on the map. Uh-huh. Ah. Ah. Wir finden das Rätsel gemeinsam raus, Leute. Ach, hier direkt den richtigen Punkt getroffen, wa? Nice. Garret Tuttle hat den Kurs aufgenommen. Dein Gefühl von mir ist eine Qualität, die ich lange genannt habe, Garret. Ich habe mir übrigens in den letzten Tagen Staffel 1, 2, 3, 4, 5 wieder reingezogen innerhalb von 4 Tagen. Let's go, Garret! War ein episches Erlebnis, wie immer. Okay. Dann schauen wir mal, was uns weiter erwartet. Ich hätte vielleicht noch mit dem Spiel reden sollen, mit dem konnte ich ja auch quatschen, aber irgendwie... Glaub ich, die beiden warten wir doch nicht. Das war ziemlich mysteriös. Ja. Aber ich bin ja nicht ein Klatz, ich bin ja jemand. Und der hat mich ja besucht, du Horst. Let's go and celebrate. Already keeping secrets from your brothers, hey? Ah, Garret's right. The wall's gonna melt before we get up there. Come on! Mist. Sie haben das gemerkt. Auf jeden Fall. Er hat das gemerkt. Die ist ja nochmal finden, glaub ich, ne? Ja, das war jetzt eine sehr lange Pause. Nochmal Entschuldigung dafür, Leute. Aber es geht ja weiter. Ja. Und jetzt sind wir wieder im Königsmord. Und habt ihr die Wettbewerbsdekorations, die in den Garten haben gesehen? So schön. Du weißt, wir sind so glücklich, wie sie ist. Marjorie war das eine Frau, als wir in Highgarten sind gefordert. So sieht's aus. Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wie können wir dir vertrauen? Oh, können wir dir vertrauen? Aber bei uns kannst du vertrauen, natürlich. Okay. Oh je. Sollt Marjorie nicht verärgern? Okay. Oh, unser Freund. Was gibt's Kleiner? Wir dürfen dich gesehen werden. Natürlich gehe ich zu ihm. Was machst du hier? Oh nein, ich sollte nicht hier sein. Aber wir müssen sprechen. Ich wusste nicht, wann ich dich nächste Mal sehen würde. Sind du okay? Ich bin okay. Danke. Okay, Pauli. Das ist ja. Ich bin in Fliebottom gestern, wenn ich ein paar Lannister-Gärte über... Shhh. Sie wissen schon, dass er nicht mehr ist. Wahrscheinlich ist tot. Sie fragen sich die Leute, die seine Körper suchen. Er ist nicht sicher. Bitte sag mir, dass du ihn hast. Natürlich. Ich habe gesagt, dass ich das hätte. Keine Ahnung wissen, was du gemacht hast. Okay. Dann ist doch gut. Was ist los? Ja. Das stimmt. Ja, wie soll ich den Untertagen sehen? Okay, danke, Mann. Okay. Hi, Tom. Oh, scheiße. Was ist das? Ein Trist in den Büchern mit dem Kohlbein? Nicht, dass es falsch ist. Aber mit all den Königern und Königern in der Königland... Oh, danke der Gäste, dass du mitbekommen bist, Sarah. Dieser Mann. Er mag mich. Er findet keine Entschuldigung, um zu sprechen. Ich habe nur nicht das Herz, ihn zu schützen. Ich traut er kein Stück. Kein Stück. Okay. Okay Do you object? Is that what I heard? If you're going to speak out of turn, girl You should finish what you start We do as you command, Your Grace And we'll spend the feast wherever it pleases you You'll spend it mopping the stables, if I please I asked your handmaiden here at the Iron Throne whom she would serve if forced to choose between yourself and the king She was deferential to the crown then, as she is now But words are wind In any case it's settled The Kingsguard will stay with Joffrey Your handmaiden will sit elsewhere Of course you embrace anything for my beloved Joffrey Lady Marjorie, we may not see eye to eye on everything But I hope you will at least agree with me that our handmaiden should know their place And that place is not with my brother Tyrion Oh shit What did she mean by that? You and Tyrion What do you do reflects on me? If something's going on, I need to know about it We only shed some wine, my lady Drinking wine with Tyrion Lannister Sarah, what do you know of this? I couldn't say My lady She's as much a mystery to me as she is to you I don't care what your intentions were, Myra You went to a Lannister behind my back Blöde kleine Piep I've only ever tried to help you Why are you making trouble for me? Okay, Sarah, that means you, Krieg Please, Lady Marjorie Trust me I know what I'm doing I've learned from the best I don't have the time or patience for your games, Myra Right now I need you both to be my handmaidens and that's all I need you to be Okay, my lady Danke, Sarah Du blöde Kuh Du hast doch den Wein geklaut Scheiße Und wieder stehen wir vor einer krassen Entscheidung Danke, Sarah Blöde Kuh Das nächste Mal nehme ich dich nicht in Schicks Okay, Leute Wir sind am Ende der Folge angekommen Und Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß dabei Ich bin die Halle Lasst mich doch mit einer Bewertung wissen Wie auch immer sie ausfällt Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Euer Brille